hallo und herzlich willkommen heute geht es weiter mit der 6811 aus dem jahr 1990 mit 20 teilen einer minifigur das set heißt pulsar charger ist vom mtron und damit beginne ich jetzt quasi meine letzten weltraum sets die ich habe jetzt kommt erst mal mtron danach komplett von 2 dann kommt space police 2 und zum abschluss noch die wunderschöne eispläne 3 da habe ich nämlich am meisten sets von wir fangen mal an ich habe auch gar nicht so viel mtron und besonders bleibt von zwei sets bei diesem set ist ein kollege dabei den zeige ich euch hier einmal das ist einmal die minifigur die hat einfach das m interessanterweise ich das gerade so sehe das kann jetzt gerade so ein bisschen täuschen aber ich glaube dass m ist mittig drauf meine ich doch ist es ja es ist ein bisschen nach unten glaube ich jetzt ist nicht ganz mittig kann sagen es ist nicht ganz wie sonst hat natürlich kein kein backprint nichts hat sauerstoffflasche hinten dran das war es ein funk gerät in der hand das ist dann quasi schon alles dazu die anleitung ist wie ihr seht etwas auseinander geflattert aber sie funktioniert noch hier ist die anleitung falls meine kamera das hinkriegt können uns die gleich noch mal angucken so jetzt hat es meine kamera hinbekommen kommen wir zum flieger der ist an sich ziemlich schick der hat auch hier vorne natürlich nur das ist zum leuchten damit schießt man natürlich nicht zwinker zwinker ja ansonsten hatte hier eine seite so ein händel ich weiß nicht wofür der sein soll ob das irgendwie dafür ist dass das irgendwie seine handbremse oder so keine ahnung lenkrad hätte dieses teil ist sehr schön bedruckt ja das ist sagen so ein formteil hier vorne aber das ist bedruckt mit dem m von mtron da sitzt das m auch gleich nach und das muss man so hin dann noch so neon antrieb und diese neon stange scheinbar zum funken also insgesamt schon ziemlich cool also optisch schon ziemlich cool gerade mit diesen ganzen neon teilen wo man dann ja in space angefangen hat gefällt mir ganz gut fiel sogar so gut dass ich damals zwei hatte also jetzt haben wir hier doppelten spaß das flugzeug an sich ist ganz 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 nett kann man muss man muss man sagen ist ganz ist ganz okay ist jetzt nichts großes tolles aber alleine durch die figuren und so weiter hat das schon mal das hat zumindest so ein raumschiff weibner sieht wirklich nach raumschiff aus das war es auch schon für heute wieder ziemlich kurz die reviews wenn es um die kleinen sets geht nächste woche geht es weiter mit mtron und ich hoffe das hat euch gefallen bis zum nächsten mal tschüss